Diese Großbaustelle wird einen Heißhunger nach Sand entwickeln. Sand, der gebraucht wird für die Aufbereitung des Baugrundes, aber auch zur Landgewinnung. Sie suchen alle möglichst nach sicheren Anlagealternativen zum Kapitalmarkt. So, die Situation ist also heute so, dass wir hier einfach zu viel Liquidität im Raum haben. Zu viel Geld. Die städtischen Mitarbeiter bekommen von der Unternehmerin das in solchen Fällen übliche Schmiergeld in der Baubranche. Ein Prozent der Auftragssumme. 50.000 Euro. Ich übergebe die erste Rate. Fresh Money nennen wir das. Jetzt kommt das Spiel. Jeder Hunderter steht für 10 Millionen Euro. Nicht so bei den Ameisen. Ameisen wissen genau, was sie tun müssen und die bauen genau in der Zeit, in der sie auch einen neuen Bereich des Nestes benötigen. Wissen Sie, woran kann man erkennen, ob auf einer Baustelle Schwarzarbeiter sind, wenn ohne Gerüst gearbeitet wird? Weil von einem Gerüst kann man nämlich nicht so schnell fliehen, falls jemand in Kontrolle kommt. Vielleicht kennt mich der eine oder andere aus der Presse. Ich habe die Entraubungsanlage am Berliner Flughafen geplant. Und die soll an allem schuld sein. Nehmen Sie die Tafel mit zwei Händen und wedeln Sie ganz kräftig dem Vordermann richtig viel Wind in den Rücken. Sie sehen, überall auf der Baustelle streitet man sich, dass es qualmt. Jetzt sind Sie der Angegriffene. Sie sind jetzt angegriffen. Was müssen Sie jetzt machen? Blocken. Handkante. 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 Vielen Dank.